Beowulfs Läuterung Eine Rückdeutung des ältesten germanischen Heldenepos und seiner tiefen Bedeutung für die fremdkulturelle Prägung der freien Stämme Germaniens in den letzten 2000 Jahren. Kritik an der daraus hervorgegangenen, heutigen, verkommenen Gesellschaftsform unter Fremdherrschaft. Verfasst und vorgetragen von Achim Engels im Jahre 2014 nach der Zeitenwende. Vorgeschichte Und lauscht ihr einst der Zeitenferne dumpfem Klang, könnt ihr es vernehmen, wie des Windes leises Säuseln, mehr als ein Jahrtausend lang berichtet von den Taten längst vergangener Helden. Unserer Ahnen sind wir Ehre und ewiger Spross, denn der Weg des Lebens durch die Zeiten zu unserem Schutz viel vom Blute der Heiden vergoss. Verhöhnt von Feinden ringsumher, die sich zu eigen machten, fremde, uralte Meer, und verbogen diese stets zu ihren Gunsten, dass die Kinder im Verlaufe mehr und mehr verloren und nicht mehr zu deuten wussten, Wie der Helden Taten, die sie nun verehrten, sich damals gegen ihre Väter lehnten. Voll Arglist hat sich gieriger, fremder Geist verschworen, die Seelen zu seinen eigenen düsteren Zwecken umerkoren. Nicht nur durch Jahre, tausende an Zahl, verschwamm das Bild. Durch der Täuschung, Lug und Trug verwischt ward bald der Väterqual. In Raserei wie Wild zerschlugen der Feinde Handlanger durch Hinterlist, Falschheit, Gold und Mord, die feste Axt, das Schwert, das Schild, welche behüten wollten gerechter Glaube hort. Bis heute tun sie es so in Gottes Wort. Blut durchzog das Land, römisch Recht zog ein und immer mehr strömten herbei. Es strafte dieser erbarmungslose Gott all jene, die einst waren stolz und frei. Aus barer Furcht ums eigene Leben, vor diesem fremden Gottes blutiger Hand, der Väter Glaube wurde aufgegeben. Der Kern der alten Sagen bald verschwand. Umgeschrieben, umgedeutet, mit Latein als Schrift des Inhalts sinngar schwer entstellt, kann heut ein jeder lesen, wie die Christenheit das Sein auf dieser Welt erhält. Und wie es ihrem Gott zum Lob und Preise das dunkle Heidentum vertrieb aus diesem Herrn schöner Welt, So klingt sie heute auf den Kopf gestellt, die aus alten Tagen stammende Weise, die für der Freiheit unterpfand, nur mit Worten unsere Ahnen einstmals schickten auf die Reise und nie mit Buchenstäbchen, nur als Raunen, wurden in alten Liedern genannt. Gewiss, heute, tausende an Wintern später, kein Christ so hoch und wohl und selbstgerecht erzogen, solche Reden duldet und nimmt für sich den Anspruch her, so wie die Worte, die wir geschrieben fanden, es seien einzig und allein der Christen Väter Ursprungslieder, die sich gegen die dunkle Welt der Heiden wandten. Doch sind es nicht wirklich Christen, die so reden und heute leben und die Stimmen gegen solchen Text werden erheben? Verschmähen als unglaublichen Wahn werden die, die sich als Getreue eines gerechten freien Glaubens wähnen, ohne zu sehen, dass es dies so gar nicht geben kann. Sie lassen hoch des Kreuzes Fahne wehen, doch Christentum kann nur bestehen, wenn es mit dem Schwert und starker Hand die Furcht vor Tod und Teufel malt an jede Wand und stets bemüht ist auszulöschen, was an früheren Recht des Glaubens ringsherum seit Alters her bestand. Tut er es nicht, jeder, der glaubt Christ zu sein, längst seinen Teil zum Untergang beiträgt. Doch mehr noch als das. Den Weg zurück zum eigenen Glauben, eigener Kultur, der sich vor ihm warnt, er längst schon fahnt und nun begeht. Der Christenwelt zerfällt. Nicht durch des Schwertes Macht und sinnlos Blut vergießen, sondern weil sie an sich selbst zerschellt. Denn wenn sie nicht gezwungen werden, es nur eine Frage der Zeit ist, wann sie es erkennen, dass dieser Glaube nur dazu dienen kann, sie auszusaugen, zu gehorsam und in die Knie zu zwingen, Abgaben zu leisten oder im anderen Fall zu brennen, wenn sie keine Psalme singen. So scheint es, dass deren Schergen statt der Heiden Blut fließen ließen. Teil des Christenwegs als Instrument der Macht war stets umzudeuten, was an alten Taten Urgroßmutter mitgebracht, aus längst schon vergangenen Tagen von Mund zu Ohr ward weitergetragen. Und so kam es bald zu Schriften, welche die Sagen nahmen und mit Christeninhalt und Gewäsch von Heil und Segen des einen Gottes Gnaden den Kopf vertreten und aus den Schlechtern den Bezahlten, die all jenen nach dem Leben trachteten, die den Fremdglauben nicht annahmen, letzten Endes diejenigen machten, die das Licht, das Heil, das gute Leben in Glück und Seligkeit, in die finsteren Reihen der ach so Gottes unwürdigen Heiden brachten. Zum Opfer dieser fiel manch Heldentat derer, die sich erwehrten. Doch die Zeit sie naht, in der sie zerfällt, die Welt der Lügen derer, die zugunsten ihrer heiligen Macht alles um sich herum verzehrten, die den Namen dieses falschen Heilands sagen, um damit das Fleisch von den Knochen unserer Ahnen zu nagen. Vor vielen, vielen Wintern, 1300 an der Zahl, in lateinischen Zeichen hat sich über das Fragment gewunden, eine Geschichte, die ihren Ursprung lang zuvor schon hat gefunden. Ihr Inhalt einst beschrieb den Kampf und die Qual der Nordmänner und Frauen gegen mordende Horden, die ihren Weg von Süden her fanden, hinauf in den eiskalten Norden. Zuerst geführt von Dracos Kopf auf langen Standarten, gefolgt vom Adler, geschickt im Namen des Mandats von Roms, Volk und dessen Senats. Im Kampf Mann gegen Mann, die unseren gegen die Übermacht lange bestanden, ihre Taten hunderte Winter lang, die Skalden den Kindern vorsangen. Und dann, als das Reich des Südens endlich verging und in sich zerfiel, selbst von innen war zersetzt vom erbeuteten orientalischen Glauben, als aus Kaisern letztlich Popen wurden, die nun weiter verfolgten machthungriges Ziel, kamen sie wieder angerannt, diesmal verhüllt als Jünger eines Mannes, Jesu Christ genannt. Scheinheilig machten sie sich breit und spritzten ihr Gift, bis niemand mehr wusste die Wirklichkeit, und aus ihrer Fratze sie machten ein heilig Gesicht. Geknebelt und gebannt an Seele und Gebein ward alsbald das ganze Land, in täglicher Furcht von Satan verführt und von Gott verstoßen zu sein. So griffen die Armen nach des Heilands erbärmlicher Hand, die freilich nur nach dem Tode im Himmelreich ewigen Frieden und das Paradies versprach. Im Leben, dem hier und jetzt, galt es Buße zu tun. Das Leben zerbrach. Die großherzige Großmut dieses Gottes war nur ersonnen, damit den Gepeinigten nicht die letzte Hoffnung aus den Fingern geronnen. Buckeln für ein kerklich Lohn an Leib und Seele kaputt geschunden, ausgenommen durch diese falsche Herrlichkeit an Obrigkeit und ausgesetzt der Reichtum scheffelnden Hohn, ging über Jahrhunderte jede Menschenseele daher in Lumpen, während sie sich bereicherten an Midgards unsäglichem Leid. Nun, Heimdals Kinder, lasst mich erzählen und hört, was sich zugetragen zu jener Zeit, als Rom die einstige Weltmacht am Mittelmeer die Freiheit stört. Alle Völker der bekannten Welt hatte fest in ihrem Würgegriff, ihr fahles Gesicht und ihr Sein allen Völkern aufbürdet, durch unbändiges Söldnerherr, das nur entstehen konnte, in deren Gesellschaftsform mit Geld im Tausch für hinterhältigen Mordangriff. Schutz vor ihrer Rage bot sie jedem, der ihr Treue schwor und Tribut zahlte, um die Söldnerheere zu entlohnen, die am Halse packten jeden, der es wagte, und sich verlor, nicht nur in Jammerklage, sondern im Gefecht, für Freiheit und ohne Römerplage zu leben, wie einst hergebracht in freiem Recht, gefällt durch eigenes Geschlecht. Und alle, die heute noch durch falsche Leer besessen, so bewundernd der Römer Errungenschaften loben, sollten nie vergessen, dass es nicht Roms edle Bürger waren, sondern unsere versklavten Ahnen, die diese wundervollen Dinge in ihrem Schweiße aus der Erde hoben. Die Germanen, die keine Sklavenheere hatten, die sie Steine für Monumente schleppen ließen, konnten ihren Krug noch selbst vom Brunnen hin zum Herde tragen. Auch ihre kleinen Felder konnten sie ohne Aquädukte gießen. Als ob wir nicht selbst erfinden können hätten, was deren hochgelobte Kultur uns so gnadenvoll brächte, wenn es nötig gewesen wäre, man die Dinge irgendwann selber gemacht hätte, ohne andere dabei zu versklaven. Und ihr Recht? Ein Werkzeug nur, ein furchtbar Ding zu ertragen. Doch was soll man dazu noch sagen? Braucht nur heute, in zweitausendjährigem Sinne, verzogene Geschichtslehrer und Juristen fragen. Heute will das keiner mehr wahrhaben, sieht er es auch ganz offen an allen Tagen. Lieber heiliger Florian, verschon mein Haus, zünd andere an. Will doch nur sagen, ich bin schon brav konvertiert, brauchst mich nicht mehr beugen. So wurde er zum Schutzpatron, während er voller hohen Heidenhäuser verbrannte, in schicker römischer Uniform. An anderer Stelle Bonifatius' Statue, ganz unverfroren Donaus Eiche fällte. So sei sie nun erzählt, die Geschichte, die ihren Ursprung fand, als gierig fremde Herrscherhand nach allem griff, was greifbar war und sich nicht widersetzte, sich nicht wand, und forttrug in fremdes Land. Als das Untier, erbarmungslos nach Futter brüllte und zerbiss, was es zwischen den mächtigen Kiefern fühlte, hierbei ohne Skrupel und Rast alles zerriß, was nicht bestand gegen gekaufte Kraft und alles Gold, der Heidenschätze mit sich trug, auspreßte die Stämme wie eine schwere Last, zu gleicher Zeit Freundschaft und Wohlstand verbreitete als Lug entgegen jedem, der mit ihm trank, den giftigen Saft aus diesem heut gezeigten, reich verzierten Römerkrug. Der Wahnenkrieg Es begann, ach lang, sehr lang ist es her, überliefert in Worten aus alten Tagen in Götter, Liedern und Heldensagen. Längst schon fast verklungen und vergessen, totgeschwiegen im Sinne fremder Heer und deren Interessen, als den Göttern es gelang, Ümir den Urriesen zu besiegen und aus der Glut seiner Gebeine die Welt zu gießen. Burssöhne, Odin, Willi und Weh waren bald vom Wunsch besessen, dieser noch trostlosen, einöde Schönheit zu geben. Als sie dann in die gewaltigen Hörner stießen, da tönten ihre Klänge ein Heer von allgegenwärtiger See. Und als die Wasser stoben auseinander und die Lande sich hoben empor, ward der Ort geschaffen, den sie fortan Midgard nannten. Er war so schön wie nie ein anderer zuvor. So wunderbar war der Platz, wie keine Göttergeschlechter ihn je kannten, mit blauem Himmel darin ziehender Aar. Unter Heimdals rufen sie das erste Menschenpaar aus Esche und Ulme schufen, die sie dort unter des Sonnenrades grünenden Wiesen in Freiheit leben, schalten, walten und lieben ließen. Karg, schlicht, beinahe roh und von täglicher Arbeit schwer war dieses Leben, doch dankbar und froh, gerecht und ihre Häupter sie nur zur Ehr und nicht aus Demut senkten, gingen die Tage einher. Sie dankten und opferten den Göttern in heiligen Hainen an Pfahlgötzen, Abbilder dieser ersten Menschen, weil die Asen ihnen dieses selbstgelenkte Leben schenkten. Die Menschenkinder kannten als Götter in Midgard aus Asgard die Asen und ehrten die, welche sie erschufen und nun schützten gegen der Riesenwuten, die wegen Ümirs Tod versuchten zu vertreiben die Menschen aus ihrem Lebensraum im schönsten Garten inmitten der neuen Welten und Iktrasil dem Weltenbaum. Doch im Süden an den Grenzen hin zum wachsenden Römerreich, welche eine Währung in großem Stil in die Schaffung ihrer Welt einbanden und schon bald damit begannen, ihr Konterfei unter Midgards Stämme zu streuen, dass alle, die im Grenzbereich leben und wandeln, ganz bleich wurden und ohne es zu bereuen, vom Schein verblendet, doch nicht dessen Sinn erkennend und trotz dem Schaden und Verlust der Freiheit dennoch gern Verwandten neue Götzen sie anriefen. Sie lebten am Teich und im Moor mit Namen Warnen. Zu ihnen beteten sie im neuen Opferkult und erhofften sich von ihnen, sie seien dem Wesen des Handels und Gewinnes Huld. Hinter dem Regenbogen in Asgard die Asen sie waren nicht froh und arg wohnten ob der Warnen, die einige der Menschen verehrten im Geheimen und die am Sitze des Wassers wohnten versteckt in Schreinen. An Midgards Grenzen sie wurden immer offener angerufen als Götter der Schifffahrt und des Handels. Ihr Erscheinen kam gleich dem eines Wandels. Nicht dulden wollten die Asen solche Wesen, die von einigen Menschen wurden neu verehrt. Das Weltengefüge schien verkehrt. In den Abgrund führten jene Stufen. Nicht mehr für den Mensch selbst und seine Belange, sondern für Gewinne und Macht, Ausbeutung und gegen Freiheit waren diese Zugange. Ein Dorn im offenen Auge Allvaters stach, als die Menschen begannen, diese Götter um Profit und Gewinn zu bitten, nach Vorteil gegeneinander um zu mehren eigenen Besitz statt zum reinen Wohle der Sippen. Dies war den Asen fremde Sitte und erweckte deren Zorn in Asgard auf dem hohen Göttersitz. Schützen wollten sie die Menschen in der neuen Weltenmitte vor ihrem eigenen Verderben, das sie durch Gier nur würden erwerben. Zum Gewinn der Reichen würden sie stets wollen mehr erheischen. Für Geld ausrotten alles Getier ihrer Welt, das das geheimnisvolle Gefüge bald völlig zerfällt. So sahen es die Welten Erschaffer aus Asgard voraus. Das Gier, Hass und Neid würden geboren im großen Weltenweit und der Lauf der Zeit gab ihnen Recht, denn genau das blieb nicht aus. Bald schon kam es zum ersten Weltenkrieg, der ausging ohne Asensieg. Denn das Schicksal schnitzten auf Schindeln der Riesentöchter, Urt, Werdan, die uns guld. Sie ließen niemals mit sich schwindeln und so waren sie am Verderben der Zeiten schuld. Dies alles geschah zu Midgardsleid, denn als Gullweig, Njords Tochter, als erste von den Wahlen zu den Asen kam, ihr Anrecht verkündigt auf Ebenbürtigkeit und Recht verlangt, Opfer zu empfangen von der Menschenheit Teil, der hoffte, durch sie zu Reichtum zu gelangen, Wunden der Gäre sie als Zeichen und Antwort mitbekam, ob ihres Geldes Wertschätzungen, womit sie sich der Asenkinder Opfer und als Opfer den Menschen selbst verdungen. Da gab es bei den Wahlen wildes Gebraus. Furchtbar tostet der Kampf, als entfacht war erst der Blutrausch. Von den drei Nornen bestimmt ward für die Asen und Midgard kein unmittelbar Sieg heraus. Als die Wahlen frisch erdacht nun strebten nach dieser ihrer neuen vermeintlichen Macht. Die Verlockung zum Profit in finsterer Nacht durch der Wahlen Glück im Handel mit dem Römerstück war viel zu stark, Blut floß in Strömen in manch harter Schlacht. Die Asen schlugen sie seit an seit mit den Asen Treuen aus Midgard bald hier, bald dort, zu jeder Zeit. Das Kriegsglück wankte. In Midgard selbst viele Helden waren geboren, von denen man bald nicht einmal mehr ihren Namen kannte. Geblieben sind wenige, die man heute noch nennt. Weil Geschichte von Siegern wird geschrieben, man sie im eigenen Volke nicht mehr kennt. Da war Ariovist, der in Gallien siedelnde Sübenfürst, dessen Stamm von Cäsar wurde zerrieben. Da war Armin, dem als erster gelang, die Stämme gemeinsam zu führen und der dem Drachen, der alles Gold verschlang, den Kopf und den Stangen schlug, als er die Legionen des Augustus unter Varus im Walde begrub. Einzelne Siege und große Verluste im Kampfe um Freiheit in dieser Zeit man zu erzählen wusste. Niedergeschmettert wurden sie in Midgard und in Asgard und am Ende sie bezahlten dafür, dass sie ihrer gerechten Sache zu sicher die Gullveig in Allvater Odins Halle verbrannten. An genau diesen Ort zurück trugen nun die Vanen des Krieges letzten Kämpfe alle. Nun heißt sie auch die Kriegeshalle. Walhol, auch Walhall oder Walhalla, so der Ort heute genannt, wurde von den Vanen niedergerannt und abgebrannt. Und am Ende der mächtigen Schlacht, als der Vanenkraftwerk war vollbracht, der Götterblut sowie der Menschenblut im Bluderzwist war zu viel vergossen. Und als die Asen sich dem Spruch der Nornen ergaben, wurde nach langem Rat beschlossen, um die verheerenden Streitigkeiten beizulegen, statt Wiedergutmachung, Wehrgeld und Zins den Vanen zu zahlen, ihnen dieselben Rechte zu geben und ihnen zu gestatten, sich von denen, die es wollten, Opfer darbringen zu lassen, um derer gierigen Schlund zu füllen, die ihnen diese Opfer zollen, auf dass sie mit den Riesen und den Römern im Handeln wie im Schlachten keine gemeinsame Sache gegen die Freiheit und die Asen machten. Damit war jedoch der Weg geebnet, nach der Römer Fremdenrechte, alle Freie auf Tausende von Jahren in Ketten zu legen, auszupressen und zu knechten. Fremden Lebenswandels Sinne den Unfreien unter den Stämmen bald ward so sehr inne, dass gewohnt waren und sie es gar für gerechte Sache hielten, wie unter des Drachenkopfes Banne die neuen Herren mit ihnen spielten. Man beraubte sie der Freiheit und der Väterlande. Der Glaube wandelt sich Veränderung stand an, ein neues Leben begann. In Freiheit und Selbstbestimmung zu leben war fortan nur den Germanen Stämmen gegeben, die nicht vergaßen, dass die Asen sie erschufen und mit ihnen in des Kampfes kluten Seid an Seid, dass Vieh und Pflug und friedlich Lachen ergänzten mit Schwert und Schild und in wohlbeherztem Streit diese ließen gegen die Römer Verkrachen, ihre Freiheit verteidigten wie wild. Starke Bande ward hieraus entstanden, Helden aus Midgard und Asgard standen eng beisammen. Verloren war der Wahnenkrieg, doch den Asen Treuen und den Asen war von den Nornen beschert daraus dennoch ein kleiner Sieg, denn nun erkannte man bald und klar, wer des anderen Blutsfreund war. Den Göttern durch Mut und Leistung alle Ehren zukam und allen voran Allvater mit seinen unzähligen Namen schickte zu leiten die Menschen aus Midgard sich an als des Feldes Höchstermann. So ward er dann zum Gott der wagemutigen Krieger bald und neuer tiefster Glaube an gemeinsame Stärke erfüllte der Germanen Krieger neue Schlacht Gewalt. Axt und Schild furchtlos und treu hielten sie stand und wurden nicht scheu. Bald wieder aufgebaut war der Asenburg und neu erstrahlte Graubart Saal geschmückt mit Gär und Schild der gefallenen Helden Waffen war erschaffen Neuwalhall und durch der Wehr ständig sichtbares Bild konnte niemand die Helden je vergessen und jeder wusste wenn er sich im Kampfe für Freiheit fortan bewährt sich seines Platzes an Odins Tafel und Seite zeigte wert selbst wenn er fällt seine Waffen ebenfalls würden hängen von diesen Wänden aufgehängt von des Schlachtenlenkers eigenen starken Händen Auch wenn der Wahnenkrieg des Geldes Macht deutlich zeigte und klar wurde wie leicht man gegen Falschheit und Machtgier verlor so gingen neuer Glaube und erste Helden aus dem Wahnenkrieg hervor Die Spreu trennte sich vom Weizen Vereint stand man da und wollte sich der Freiheit würdig erweisen Die Sieger wähnten sich glücklich doch nur weil sie nicht erkannten wie die Spiralen dieses Lebens in Ketten für andere Knechtend nach unten sich wanden in deren Welt jeder nach seines Vorteils strebt was aber nur wenige die am Ende der Kette des Gewinns stehen nach oben erhebt und dies auch nur solange alle dieses Spiel mitspielen und mit Freude nach der Macht und dem Gelde schielen ja ganze Stämme schlossen sich den Römern an auch aus Furcht vor deren Waffen trieben Handel und boten ihre Dienste an ja begannen gar mit ihnen zu lachen auch das Söldner her wurde stetig mehr denn wer nichts anderes kann bietet sich leicht für Geld als Verwalter Soldat oder gar schlechter an denn beim Geld dem sieht keiner an was sein Besitzer kann so traten sie an gegen ihre eigenen Germanen Brüder Im Zeichen des Drachens standen sie fortan und sangen der Römer Lieder Über hunderte von Jahren gab es so immer wieder Schlachten in denen die Römer nach der Germanen Freiheit trachten Im Sinne stets hatten sie der Stämme Güter die Ernte die Schätze und das Land ihrer Väter Der Drache alles Gold und die freien Menschen als Sklaven und Pfand sich unter den Nagel riss und dem Kaisersitz Mit seinem Rechtssystem der Römer alle Verbündeten hat geknebelt und alles nach seinem Denken geregelt Der freie Richterspruch den die Germanen kannten Rom ihnen hat genommen Jeder der in Römer Auge ein Vergehen hat begangen von diesen kurzer Hand an das Kreuz wurde gehangen und so trug der neue Lebenswandel Falschheit Buckeln und List in der unfreien Stämme Neues Handeln Doch über der Jahrhunderte Lauf nahmen die Freien die Unbilden des freien Lebens gerne in Kauf Sie schlugen sich mit jedem der ihnen diese Freiheit nehmen wollte Für Ehre Freiheit und der Kinder Glück kämpften die Freien woraus später verbanden sich die Stämme zu den ersten Deutschen mit großem Erfolg solange Asgard und Midgard nicht voneinander Taten weichen Unzählige Male griff Rom nach dem Golde und bekämpfte jeden der keine Tribute zollte Um es dennoch zu erreichen immer wieder seinen Verbündeten großen Lohn und Machttat versprechen wenn es ihnen gelänge den Widerstand der Unwilligen schnell zu zerbrechen Jedes Mittel war ihnen recht und der Einfluss des Geldes der ständig weiter um sich griff kaufte so manchen dessen Freiheits Wille im Glanze verblich Militärischen Beistand die Römer auch haben gegeben und zu Fürsten über ihres gleichen Zitaten jene erheben die Macht hungrig über ihre Brüder sich dem Kaiser völlig haben ergeben Verkauft und verraten wurden so manche Liebe und freie Germanenseelen Geschichten derer gleichen könnte ich viele erzählen doch will ich hier und heute nur eine als Beispiel erwähnen Aufgeschrieben in lateinischen Lettern Der Erzähler ließ sie spielen im Lande der Dänen Verfasst im heutigen England als dort das Christentum einbrach und festgehalten auf Papier in angelsächsischer Sprach nahm sie Bezug auf eines freien Stammes Herrn dessen Land lag brach als heimgesucht es wurde von unsagbarer fürchterlicher Plag die Plage Rodger Rodger war der Name eines Mannes dessen Geschlecht sich erwarb in ein oder anderer Schlacht gegen die Unterdrückung und Fremdherrschaft höchstes Ansehen und ob seiner Kraft bald inne hatte die Führung seines Stammes das Römerreich bereits von innen her zerfiel als bei ihm aufwuchs ein Junge der zunächst wenig auffiel und dem doch bevorstand die Zukunft eines ganz besonderen Mannes eines befreundeten Stammes Spross der Junge bald schon den Ruf genoss furchtlos und stark zu sein so sehr dass alle ihn riefen schnell nur noch Bär noch bevor er zehn Winter gesehen wollte Beowulf zurück an seines Vaters Gestade gehen dem Gautenland wo der junge Mann dann manche Tat begann die man bald schon als die eines Helden besang in der Zwischenzeit in Rom ein aus dem besetzten Nahen Osten eingeschleppter Fremdklaube sich breitmachte und griff nach dem Kaiser Throm und im zerfallenden Reich die letzten Kaiser dort verfügten dass alle sogleich nur einen Gott noch liebten weil sie erkannten dass dies der einzige Weg war die geliebte Macht zu erhalten dies blieb für Midgard nicht ohne Folge denn wer der Römer Schutz in den besetzten Gebieten noch sicher sein wollte der musste ganz vom Glauben seiner Väter lassen und durfte nach des Christen Gottes Hand nur fassen damit waren auch die letzten Brücken der Unfreien zu den Bruderstämmen der Germanen abgebrochen und voll Lücken und man erkannte in Rom mit Entzücken dass die Macht erhalten blieb wenn man nun mittels des eingeschleppten Geldes den Christenglaube mit Gewalt und Hieben in die Seelen der Menschen trieb der von römischen Gnaden eingesetzte Fürstenstand hatte es schwer denn zum Brudermord sie nun riefen ihre bezahlten Gefolgsleut her was dazu hinführen sollte daß alle daran glaubten daß der Pope Roms letzter Kaiser des Christengottes Stellvertreter auf Erden wäre den die geknechteten Seelen jetzt huldigen so sehr und er allein im neuen Glauben ungerechtem Schein in Gottes Folge auf Erden legitimieren könnte wer bestimmt über das Menschen her und hüten sollte die Schäflein so ließen sich die ersten Könige von Gottes Gnaden durch Rom postieren und so begannen sie über ganze Völker zu regieren ausgemerzt werden auf dieser Erden musste was sich weigerte regiert zu werden und anzuerkennen dass Gott es wollte dass einer gewaltsam über viele herrschen sollte doch war erst einmal etabliert in der Kinderköpfe dass der König schließlich nur ihr Bestes und der Seele segen wollte im Gehöfte war aller Widerstand sehr bald gebannt darum bezahlten sie mit Gelde wie der Römer schon zuvor es ihnen lehrte vom besetzten und bereits gekauften Frankenlanden bis hinauf zum Hadrianswall gedungene Mörderbanden die immer wieder brachten die freien Lande zu Fall und nach dort gesandt wurden wo Freie noch lebten wo sie mit ihrem Schwert und blutiger Hand all jene meuchelten die nicht annehmen wollten den neuen Heiland aus Angst um ihr Überleben immer mehr den Kindern erzählten die neuen Geschichten vermischt mit den Resten was vom Asenglauben verblieben verblasst war in ihnen bald die Erinnerung an freies Sein und Asgard und Demut zog ein vor des Christen Gottes Gewalt so plagten die christlichen Mörderbanden auch die Menschen in Rodgars kleinen Landen zwölf Jahre lang fielen sie ein die Brudermörder und erschlugen aus dem Hinterhalt und verkleidet als Raubsgesindel aus dem Dunkel der Nacht alle die nicht abschworen dem Heiden glauben und aufsaßen dem Christenschwindel denn gewiß war dass die Asen niemals würden erlauben daß sich solche die durch niedertracht und hinterlist verrat und trug setzten an die spitze ihrer leute um zu halten den herrscherkrug gereicht vom papst in rom der heuchelnder liebe geld versprach als hundelohn und so war es auch Rodgards Kempen kämpften vor wegen und hielten stand doch mit jedem jahr das verging wurde dicker der rauch und ihre kraft verschwand immer mehr ihrer Waffen wurden schon in Valhall aufgehangen denn während Rodgards Recken fielen einer nach dem anderen kamen neue Mörder in Christ's Namen wer dort fiel wurde ersetzt durch anderen Mörder der für Geld sich wollte verdingen der alte Römerfluch kam den Christen nun gelegen und die Popen wußten sehr wohl davon denn so bekamen sie jeden dazu für sie und den Gottes Namen zu morden der keine anderen Taten im Leben konnte vollbringen die Bedrängnis sie wuchs schwerer und schwerer wurde Rodgards Stand die Zahl auf seiner Seite schwand es drohte den Asenkindern erneut eine Niederlage weit von der Heimat entfernt im Gautenland hörte man diese Klage wie Beowulf zu den Dänen kam in Beowulfs Heimat lebten die Menschen noch frei und unbehelligt nach der Sitte der Väter kaum ein Scherge in des Christengottes Rüstung kam so weit hinauf in den Norden bisher als Beowulf Hügelacks Lehnsmann hörte was in Rodgards Halle geschah und verstand dass der Christenfalle ist nah beschloss er der Held der er war mit seinen Mannen überzusetzen und dem Feinde einen denkwürdigen Schlag zu versetzen um zu zeigen die Asen waren noch stark und konnten die mächtigen Lücken durchaus auch noch ersetzen Hügelack ließ ihn bereitwillig ziehen denn auch ihm war klar, dass wenn die Christenbrot nicht gestoppt ihnen würde unlängst das gleiche blutige Schicksal blühen so wurden die Drachenboote beladen sie verließen die heimatlichen Gefilden gerüstet mit Speeren, Äxten, Schwertern und Schilden war der Kiel der Wogen bestehenden Gebilden so schnell ins Wasser gedrückt dass die Brandungen am Strand gegen die geschwungenen Kiele stoben und günstige Winde in Eile die mächtigen Segel blähten so sehr und die Seerösser so über die Wellen schoben dass sie nach wenigen Tagen auf dem stürmischen offenen Meer die Küste erreichten und schließlich Fuß setzten auf dänischen Boden wo sie sogleich ihre Männer, die Pferde und Waffen entluden sie wurden empfangen von einem Küstenspäher vom Dänen her Rodgars Degen schwenkte in der Faust den Speer wer seid ihr und wo kommt ihr her? solch treffliche Recken in Wehr die so kraftvoll glänzen sah mein Auge schon lange nicht mehr gelandet seid ihr an Rodgars reiches Grenzen geplagt ist es seit langem und ich weiß nicht sollen wir uns freuen oder ob eures Erscheinens bangen sollen wir es bereuen wollt ihr uns beistehen oder auch noch Streit mit uns anfangen sagt mir euer Begehr ihr Harnischträger und sagt warum ihr über die Straße der Wasser habt eure Boote gelenkt hierher es war der Marquardt der so sprach er der den Horizont ständig erkundet hellwach und hielt mehr Wacht damit keine Feinde unbemerkt würden landen können in finsterer Nacht ich bin Beowulf Gautlands Zögling Sohn von Ecteo der euch und vielen anderen Völkern war wohl bekannt und vernahm eure Klage in seines Bruders meines Herren Hügelachs Land drum bin ich als Freund gekommen um euch zu sehen und beizustehen in auswegloser Lage und biete euch unserer Waffen Schutz und helfende Hand denn meinen Vater und Rodgar der Schildlinge Herr einst auch das Band der Freundschaft und Stammesherkunft verband drum freundlich sei auch du uns gesonnen weise uns den Weg zu deines Brotherren Lager auf das wir ihm erweisen dass der Freunde Waffen das Land hat bekommen als man ihm so entgegnete sprach herab von seinem Pferde der Wächter der Wogengrenze wohl gewogen seid ihr also meinem Herren dem Fürsten der Schildlinge so red ihr also kommt und folgt mir euch den Pfad zu seinem Sitz ich weisen will auf dem hohen Hügel der Häuser das schönste und prächtigste war es das dort in der Sonne blitzt heute ist's vor Gram leer und still soll ich euch weit genug herangebracht mache ich Kehr und halte weiter Wacht damit kein böser Feind unbemerkt sich von Seeseid an unser Heim heranmacht so kamen sie an des Herrschers Haus das einst mächtig und wunderschön den gekreuzten Giebel hielt in die Höhen doch nun sah es verlassen Wolken verhangen und einsam aus von weitem schon sie vernahmen Wehmut und Gestöhn ob der verlorenen Schlachten welche das einst stolze Haus heute plagten der Weg hinauf zum Haus war verschieden angenehm mal gepflastert mal nur aus Lehm die Rüstungen schimmerten im Glanz der Sonne und all ihre Waffen waren auserwählt und eines Helden wonne als sie die Anhöhe erklommen sorgenvoll blickende Frauen und Kinder aus dem Weg ihnen weichten legten sie ab ihre Wehr und lehnten an die Wände Schilder und Speer sie entblößten die bedeckten Hände von den Köpfen nahmen sie Helme mit Brünnen und setzten sich zu Füßen der Hütten die sie nun müde vom Marsch und Seereise endlich erreichten nicht lange Zeit verging bis ein wackerer Dänenkrieger ihnen entgegenragte sich erlaubte sie anzureden und sie nach ihrer Herkunft fragte denn selten hat man so viele Fremde in herrlichen Waffen geschaut daß es geraten erschien wenn man offen auf ihre Freundschaft vertraut nicht verächtlich waren seine Worte gesprochen eher voll Bewunderung und Hoffen daß nur edler Mut und Heldensinn diese Kühnen führte bis an Rodgars Saale hin Wulfgar ein edler unter den Dänenkriegern befragte auch den Beowulf nach seinen Liedern und als dieser alles dem Reckentat berichten versprach er dem Herrn das Anliegen zu verkünden und mit Antwort bald zurück zu sein ob Rodgar sich würde mit den Gautenhelden verbünden als Rodgar nun vorgetragen daß Beowulf mit seinen Meinen war mit Schiffen übers Meer gegangen um die Bestie außer Land zu jagen da war die Freude groß und willkommen hieß man die Freunde unter Gautlands Spross Beowulf trifft auf Grendl Rodgar entsann sich natürlich des Knaben dem Sohn seines früheren Freundes Ecteo der lange vor Jahren war von ihm fort nach Hause gegangen und erzählte ihm daß auch hier die Heldentaten des Beowulf von den Skalden besungen auch in diesen seinen Landen wieder halten und Mut gaben wann immer sie erklungen er drückte ihn an sich und bald saßen sie zusammen und Beowulf lauschte mit seinen Mannen wie in Heoroth der großen Medhalle die Klagelieder sangen sie berichteten von der Heldennot von der Vielzahl der Dänen Reckentod die lange in diesen Kämpfen schon nach Valhall vorausgegangen so wehmütig sie auch klangen auch von den Lügen der anderen Seite Rodgar erzählte wie den unschuldigen frommen Christen an den Grenzen wurde weiß gemacht um vom wahren Brudermorde abzulenken dass Gott die Heiden straft weil sie ihm nicht den Glauben schenken und darum würde es das Untier Grendel sein der verschrien als Nachfahrer des Bibelmörders Kain den Heiden würde das Leben rauben und dass nur die Verehrung des einen wahren Herrn alle vor Grendels Blutrunst retten könnte indem sie Buße tun für ihre Sünden und suchten seine Gunst alle die dem Christengott jetzt noch seien sofern und Rodgar erzählte wie er das Amt übernahm von seinem älteren Bruder den im Kampf der Tod schon früh zu Wotan nahm Heorogar so sagte er war besser als er denn er den Kampf suchte mit den Feinden die einfielen rings umher Rodgar selbst versuchte sich den Frieden zu erkaufen anstatt ihn durch mächtige Schläge zu erraufen indem er Gold als Ablass an der Feinde Bande die obwohl sie ihm heilige Eide hatte geschworen bald darauf nach mehr dürstend seine Lande blutig schoren doch nicht des Tags kamen sie um tapfer die Helden zu stellen sondern nachts schlichen sie sich feige ein wie Gewürm und Getier im fahlen Mondenschein als alles schlief oder trunken schon war vom Honigwein denn dann würde die Gegenwehr und Gefahr nur gering sein an der Christenfalschheit und Niedertracht hatte Beowulf schon lang gedacht denn auch in seinen Landen einzelne kamen und berichteten im Zeichen des merkwürdigen Heilands von den Wüsten Taten die angeblich von Freien wie Rodgar es einer war wurden begangen und das Grendel würde der Heide sein der als Nachfahr des Brudermörders kein alle unschuldigen guten Christen bösen Willens wegen würde vernichten so verworren und unedel waren der fremden Mächte Worte tolerant dem neuen Glauben nach dem wahren Kampf man entgegentrat doch was daraus hervorgegangen dem Ausverkauf der Freiheit an Fremdherrschaft und Ausbeutung war nun ein Heim gefallen was hier nun wurde offenbar war so unfassbar und grausam gar dass gebrannt werden musste dieser falsche Lügen Bart nach frecher freier Germanenart hart mit des Schwertes scharfer Schneide würde strafen nun der Heide und so schwor er es der Held dass er die Untat entweder vergilt oder im Kampfe selber fällt sowie der Kampf entbrannt er mit gleicher Waffe würde zugange sein und mit selber Münze zahlte heim was die Monstrosität den Dänen antat und er würde nicht ruhen bis entweder er 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 oder der Feind sei gefällt gerecht werden sollte der schändliche Verrat seine Waffen und Wehr sei noch von Wielands Hand und von Rätel ererbt er dieses Stück sein Schicksal hätten wegen der Nornen ohnehin seinen Bestand drum vertraut er auf der Asen Gunst und Midgards Glück viel ward erzählt von Vorväter Streit wie seit uralter Zeit nach der Wahnenkriege leid man neben den Wahnenanbätern weitgehend friedlich herlebte die erst vom Römerreich und später vom fremden Glauben bezahlt mit erraubtem Blut Gelde zogen gegen die freien Stämme ins Felde wie sie langsam Oberhand gewannen da sie nicht ausstarben sondern in ihre Reihen stets neue Kämpfer rannen solche Gestalten die außer zu ruchlosen Morden nichts anderes im Leben verbringen mochten und so sich eben ihr Leben verdungen in dem die Söldner Schwerter sie haben geschwungen als Ulfbert bekannt war eines der härtesten das schon viele tapfere Heiden habe in Jesu Christus Namen bezwungen eine begehrte legendäre Beutewaffe in eigener Hand vermischt mit Dreck der Stahl sein wahrer Wert nur an des Kreuzes Lage konnte werden als dann die Zeit gekommen und die Christen schlechter in ihren Löchern haben vernommen das Herod ward erfüllt erneut von freiheitlichen Gesängen und frohem laut schallendem Gelächter wurden sie erneut bezahlt versteckt und heraus aus der Nebel Wallen aufzubrechen und einzufallen in Rottgas Reich und ein für allemal zu bringen die Nacht über das was im Wege stand der unter Christen gewand hockenden und seinem Ausbeutendem Geseich so kamen sie aus des Nächtens Dunkel wieder angeschlichen wähnten sich sicher drangen leise ein in die Feste wollten überraschen die die sie angriffen sie wollten den Totengesang zu einem Blutbad anstimmen zogen die mit Geld bezahlten Klingen doch es begann zu ihrem Erstaunen ein furchtbar Waffen klingen es sausten Schwerter es barsten Schilde eine Raserei entbrannte Schrocken von der erstarkten ungewohnten Gegenwehr war gekaufte Kraft zerbrochen es flogen Bänke es krachten Balken bebten Wände in dieser Nacht wurde keine Gnade gesprochen Köpfe rollten und das Schwert nass spritzte in alter Kraft der Heiden Lanze blitzte Wahlvater selbst wie in alten Tagen lenkte die Schlacht von hinter Sleipniers Kragen er stand den Midgards Hörner kündeten in dieser Blutweih nur von Midgards Heil Knochen wurden von Thorshammer Mjolnir zermalmt und zerbrochen und wer fiel in dieser Nacht unter feindes Beil ward von den Walküren fortgetragen in aller Eil er konnte sich seines Platzes in Allvaters Halle sicher sein unter Beowulfs Führung die Asentreuen kämpften und unverdrossen wurde christlich bezahltes Verräterblut eimerweise ausgegossen ihrer Niederlage gewiss das verdungene Mörderpack feige ausriss doch sie kamen nicht weit darauf gefasst und längst bereit sind die Asentreuen Recken hinter ihnen hergeeilt in den Wäldern ringsumher fanden sie die Reste des wimmernden vom Römerherrn bezahlten Heers und erschlugen von denen denen sie habhaft wurden alle die das Christen Kreuz am Halse trugen so dass bald viele Tote ertranken in ihres eigenen Blutes mehr Grendel war nicht mehr keiner kam davon mit seinem Leben so klang es als das Schwert sprach mit jenem der den Frieden brach mit den Freien und ihnen wollte nehmen was die Asen ihnen einst gegeben Beowulf war bald erneut geweiht ob dieser Rache Zeit und besungen als Held denn ihm war es gelungen der Bestie die nach Freiheit sich reckte den fauligen Arm abzureißen der so weit heraus sich streckte so so wurde in heerod gefeiert und gesungen dass die eingekauften schlechter dieses mal wurden herrlich niedergerungen des Hofes Skalde in kundigem Geiste bald gestalteten neue Weise die von Beowulf klang als wenn er wie einst Armin gleich den Drachen erneut erschlug und den Goldschatz zurückgewann den das Getier zuvor durch Steuern und Tribut nur durch bloße Gewalt über Jahrhunderte von den Freien erzwang es war ein herrlicher Sieg der ein Stück der peiniger Macht zerrieb Odin selbst war es der die Waffen der Toten in Asgards heiligen Hallen aufstellt damit der Glanz der Recken die für Freiheit wurden gefällt auf ewig diesen Raum erhält nach Tagen der Freude Beowulf und seine Helden machten sich wieder auf die Reise der Küste entgegen um die Boote zu besteigen und mit neuen Ehren heimwärts zu segeln Das Übel am Schopf gepackt Als Beluden waren die Wellen Rösse am Strand und sie gerade stechen wollten in die Fluten kam ein Bote schwer außer Atem und verwundet angerannt er berichtete von neuem Bluten der neue Bluttat sei wieder geschehen in Rodgers Halle das ermordet seien viele wenn auch nicht alle sogleich entschloss sich das gauten Trost zu bleiben und boten ihre Waffen an ihn zurück zu begleiten sie traten an den Weg zurück nach Heoroth um zu sehen was geschehen war an diesem vor kurzem doch befreitem und wieder frohem Ort erschlagen waren dieses mal nur Rodgers liebste engste freunde und familie erschlagen waren sie und nieder gemetzt einige lagen noch schreiend und schwer verletzt gepflegt von den frauen die ihre wunden versorgten Rodger verschonten die ruchlosen horden den Kampf mit ihm sie mieden denn mit Gold schon einmal erkaufte sich den falschen Frieden er sollte dem Gefolge erklären dass sich wiederholt das morden wenn sie nicht unterwerfen würden sich dem willen aus rom und für tribute sorgen und folgen würden den kaisern auf dem längst vermodernden thron schwer geknickt war Rodger nun und wusste nicht was er solle tun solch niedertracht hat keiner je erlebt und drum auch nicht daran gedacht dass ein Rachefeldzug so boshaft wurde erdacht und auch gemacht so entschloss sich beowulf noch einmal zum kampfe und zog los mit seinen mannen zu den grenzen im lande um den kopf zu erlegen der mutter die ihren sohn zuvor nur sandte unerreichbar sagte man ihm sei dieses grendels mutter lager fast so als würde es am boden eines tiefen sees liegen bewacht von vielen schwärmen giftiger schlangen und sonstiger untier gewaber die immer zu wehren wüssten wer sich dem kopf nähern wollte mit hieben doch beowulf ließ sich nicht abbringen er verschwor seine krieger um sich herum nicht eher zu ruhen bis der kopf der brot war bezwungen durch wege die einsam gewunden und durch listiges tun gelang das für unmöglich gehaltene und des fürsten lager der die mörderbande sandte nach rottgas halle war gefunden ein furchtbarer kampf entbrannte und glutrote feuer in den augen der wächter des bösen entflammte sie hielten in geldes treue zu ihrem herren aus furcht er würde sie zur rechenschaft ziehen das leben nehmen oder schlimmer noch am ende gar den meuchellohn entbehren so erwiesen sich alle waffen und kriegskünste gegen die übermacht als unwirksam erst als beowulf das wort zur waffe nahm und von der riesen zorn und gullweigs falschheit begann und den mörder gesellen erklärte wem sie hier gefolgschaft schworen und dass jene längst den asen abgeschworen und verkauften ihre seelen an des eigenen volkes feindes macht ließen diese ab skrupel erfasste sie ob ihrer tat innerlich waren sie doch noch germanen trotz ihres generationenlangen hanges zu den wahren deren ursprüngliche bedeutung längst schon vergessen da wahren heim im geiste der menschen nun schon immer in ictrasils ebenen neben den asen hatte gesessen das haupt war verloren erfüllt war das schicksal vorgegeben von den drei nornen allein wehnte sich der schergen fürst da er sah dass die freiheit diese schlacht gewann verloren verloren er zu wie die erkaufte erschwindelte macht zerrann wutend brannt kam er fauchend angerannt und dem letzten versuch eines sieges seinen ganzen hasser dem beowulf entgegent trug der nun mit einem gewaltigen hieb ihm den kopf von der schulter schlug so war auch diese schlacht gewonnen die asen waren den heiden gesonnen und als sie auch dem feindes land am ende noch glücklich waren entronnen war mit ihnen auch wieder friede in rottgas lande gekommen doch auch des toten christen fürsten platz war schnell neu erklommen von eines ersetzbaren neuen herrschers macht die alle aus des vatikans erklauter bracht ihren sold bekommen beowulf der edlinge sohn hält von der wettermarken ferne kehrte rumvoll zurück an rottgas wohnstätte und gedankt war ihm die wackere heldentat die rottgar seinem schwure treu mit feinsten geschenken belohnte als er endlich befreit von der plage saß auf seinem throne und die medhalle heorot war hergerichtet zum glanzvollsten aller feste da sie nun wieder unter der götterschilde glanze in hellem lichte auf dem hügel lag ewige treue und dank rottgar dem retter der schildlinge schwor und gewiss machte dass er nie im leben deren freundschaft verlor an sohn ist statt nahm er beowulf an und ward fortan ein beruhigter man denn er und sein gefolge wussten dass im fernen gautlands gauen helden wohnten denen sie würden auf ewig trauen und so verabschiedeten sich helden und gerettete die wogenrösser man belud mit allen schätzen und in die wellen der see man sie einbettete der drache lässt nicht ab an des bootes bug stand beowulf als es schwamm des gauten landes küste entgegen stolz war der ruf als im heimatland die heldentaten des bären wurden bekannt hügelack erhielt von ihm der heldentaten unter pfand der glänzenden geschmeide viel die beowulf von rodgar in dankbarer freundschaft empfing ruhm brachten die taten dem gauten lande und seines fürsten heim beowulf nahm auch hier bald den sitz eines oberen ein so sehr wuch sein ansehen im gauten her das als hügelack im kampfe mit feinden im norden starb und seine söhne das gleiche schicksal ereilte der neffe die führung der fünfzig winterlang an der spitze des volkes der wettermark asentreu weilte doch dann geschah was unweigerlich geschehen musste der drache näher und näher rückte und an den über jahrhunderten gehäuften schätzen pflückte zu wiederholen drohte sich nun im gautenland was vor sechshundert jahren unter augustus schon einmal stattfand und aufgehalten wurde von kerusker hand getauscht hat der drache seither nur das gewand in den jahrhunderten und drängte über die grenzen des landes nun mit christen hand gleich blieb seither nur dass alle schätze die abgepresst wurden noch immer nach rom erfuhr und alles an gütern verschleppt dass der reichtum und rückhalt der freien bis in den hohen Norden hinein stetig verebbt doch lasst uns einmal rechnen vielleicht offenbart sich ein verbrechen die sage die angeblich christenhand siebenhundert jahre 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 nach christus erfand und aufschrieb und pflanzte die handlung vier generationen nach vorne in der dänen land wurde erzählt schon dreihundert jahre zuvor und wanderte so wie eingangs berichtet von mund zu ohr wer den originaltext der geschichte kennt natürlich nur die dort erwähnten drei jahrhunderte benennt das aber bringt uns zurück zu dem was im rheinland geschah zu zeiten des jesu christ so hat die christenheit und ihre meuchler durch geschickte lügen uns nicht nur um unser erbe betrogen sondern ganz groß die gesamte menschheit belogen indem sie falsch zeugnis abgegeben davon wie sie die heiden hat gebracht um ihr freies leben ganz einfach dadurch dass alles was sie taten sie dreihundert jahre nach vorne getragen gefolgt ist ihnen die menschheit nur weil sie den nun schriftlich fixierten lügen erlagen und sich mit dem verkommenen wunsch nach gelde und segen umgaben nun nun kam es das einige der stämme die auspresserei satt hatten und sich erfolgreich wehrten des drachen höhle in prächtigen bauten fahnden und die schätze im kämpfe zurück gewannen die sie dann voll zuversicht und glück brachten an ihrer väter ort zurück doch die macht des untiers war nicht nur ungeschwunden sondern so viel hatte es in den Jahrhunderten mittlerweile angerafft und verschlungen dass größer und größer wurde das Söldnerheer und der gläubigen mehr wurde erneut durch Lügenkehle kundgetan dass es die wenigen verbliebenen heidenstämme seien die unrechtmäßig sich der kirche schätze holten dass sich Anteil des Gotteslohnes durch grausame Mordtat habe verdungen wem es in Wahrheit über die Jahrhunderte hinweg wurde feige abgezwungen so kam es dass der Einflussbereich immer weiter wuchs und kaum noch aufzuhalten war der größte Menschheitsbetrug dem letzten Kampf seines Lebens stand der Edlinge der Hüter der Schildlinge Bezwinger Grendels nun noch bevor viel zu viel Leid um darüber hinweg zu gehen drangen den letzten Tagen seiner Herrschaft an sein Ohr so zog er los um den Drachen zu stellen das Untier in seine Schranken zu weisen und mit Götterglück gar zu fällen vergebens zu groß war ihr Einfluss der Kirche angehäuften Reichtümer dass sie kaufen konnten auch die letzten noch freien und bezahlten diese für den Kampf gegen ihre eigenen Brüder Zwar Zwar erschlug der Beowulf ein weiteres Mal den Drachen doch sinnlos schien dieser Sieg diese Brut schien unbezwingbar und wenn einer fiel der nächste stand auf in diesem fürchterlichen Krieg Wenige Getreue hielten zu Gautlands kühnem Spross durch ihrer aller Adern das freie Germanenblut schoss sie alle verband die Freiheit zu lieben und niemals den Wahlen wollten sie sich ergeben nur um statt Freiheit und Ehre und sorgloses Leben in eigener Verwaltung zu knechten für andere und dafür zu erhalten nur karge Entlohnung den Ersinnern des Systems allein war Belohnung und eines düsteren Denkens zufolge sie alle Schätze anhäuften und raffgierig durch das Leben wollten denn nur wem es gelang um ihres Glaubens Herrscher zum Gefallen den Boden zu dessen Füßen zu vergolden wer in deren Glaubens Bild alle Schätze wie auch immer in Horten sammelt wird auf Erden durch ihn glücklich und lebt nicht vergammelt Die Saat geht auf In den Jahren die kamen nach Beowulfs sterben immer weniger der Treuen für Freiheit und Ehre offen sich bekannten und entzogen sich dem Handel des neuen Lebens Wandel Die meisten hielten nicht stand Dem Geld liefen sie bis heute hinterher und ihr Germanen Schall langsam verschwand Mit festem Griff und dem Glauben als Waffe Königreiche von des Papstes Gnaden in der vormals freien Germanen Welt entstanden und zwängten das Leben in ein Korsett von Geld und Macht Streben das nicht erblühen konnten neue Freiheits Reben sie nannten es die Nacht Vertreiben doch welche Dunkelheit sie meinten zu erklären blieb der Habgier ihrer selbst verborgen denn am Ende waren sie es die erst brachten zu den Stämmen tiefstes Leiden die Gier nach Macht und nach dem Golde trieb sie an jeden zu verdammen der in Freiheit leben wollte und sich nicht nach dem neuen huldigenden unterwürfig fremden glauben wandte und in heutiger Zeit schlicht als Hexenjagd bekannt so manches schöne freie Herz auf einem Haufen Scheite der errichtet durch gierige fromme Hand ein Elend Ende fand bejubelt wurde dieses Schauspiel rings umher und angeheizt vom verblendeten Volke das frohlockend singt wenn Satan offenkundig seine Braut zu sich nimmt wenn er sie holt aus dem Feuer das gerade ihre Haut verkohlt so vergingen die Zeiten und durchliefen das Mittelalter welches unter Gottes Verwalter Herrscher und Völker hervorbrachte die Knechteten ihre Gefolgschaft und formten aus der edlen freien Menschen Gemeinschaft Gesellschaften die mit bezahlter Waffengewalt Märkte für den Handel schufen und die Völker hielten klein unter dem Schatten des Heiligen Schein allen voran das perfide Albion und im Frankenland gegen Widukin stand der nach den Mero Wingern größte je gekaufte Germanen Spross der um die Kirche ihm verliehener Macht zu ehren und natürlich besserer Führung wegen sich dazu entschloss seiner Gefolgschaft statt der Runen Latein als Schrift zu geben damit auch der Pfaffe lesen kann was die Schäflein hier tat bewegen und man besser noch verbreiten kann der Kirche Lügen unter den Gelehrten Doch das Königshäuser und Kaiserdynastien erwuchsen und bohlten auf der Welt nach dem Golde das jedes der Herrscher Häuser haben wollte der Menschen Arbeit Leben und Leiden wurden nutzbar gemacht und dafür ihre Seelen nach dem Tode freilich nur zu Gott gebracht bald bald war Gottes Name jedem Recht mit dem der mehr hatte zu gehen ins Gefecht und schlimmer noch jeder der im großen Stil nicht teilnehmen wollte an der Jagd nach dem Golde wurde niedergeknüppelt im Verbund und zusammengetreten wie ein Hund wenn ein Volk voll Freiheitsgeist das Geld mit seines wahren Namen preist und ablassen will vom Handeln mit der Menschen Kraft man es sofort in der Gemeinschaft der ausbeutenden Herrenhäuser hasst die eigenen werden aufgehetzt gegen die die sich weigern den Zwang zu akzeptieren und Anstalten machen zu rebellieren doch die Zeiten wandelten sich und mit wachsender Bildung wurde der Aberglaube an die Christen Hölle lächerlich die Menschen lachten den Lügen ins Gesicht denn sie verloren ihren Schrecken es wurde immer schwerer für den Drachen die Menschen zu lenken einzuschüchtern und zu schlachten mit wachsender Erkenntnis der Einfluss schwand und so lockerte man auch die Geisteshand was kein Problem war solange die Menschen dem Fluch des Geldes blieben verfallen sinnvoll es nutzen rieten ihnen die Schlauen und wussten nur zu gut dass solange sie es nutzten man sie problemlos ihrer wahren Güter kann beklauen und solange man ihnen vermeintliche Freiheiten Brot und Spiele bot Dinge die seit 2000 Jahren Gewohnheit verbrieft unter römischem Recht und ihnen Sachen erlaubte die ihnen zuvor auch keiner verbot als Errungenschaften pries die auf geduldigen Papieren standen konnte man sie klein halten unter allgemeinem dafürhalten fremde Länder überfallen deren Führer anbrangern und viele wurden einfach aufgehangen wenn sie nicht spielten wie sie wollten und ihre Lieder sangen und der Jugend die neu heranwuchs erzählte man dieselben Lügen mit denen die Christen schon damals erfolgreich die Weltgeschichte für ihre Gunsten vertreten mit Vergnügen doch die Geschichte ging weiter ihren Gang und etabliert wurden Mittel und Wege den Handel zu beschleunigen das Geld wurde erhoben in den Adelstand Wachstum und Völkerhandel wurden die Neuen Heilands genannt das Gift kaum einer Namen war und so brachten alle fleißig Opfer dar denen die am Ende der Kette standen und sich doch nie mit dem abfanden was an Ausbeutung möglich war Welt Weltreiche wurden erschaffen und von ihnen andere gesprengt das das Leben reduziert und auf Ertrag beschränkt am Boden lag und man es trat Industrialisierung Produktion von unsagbarem Kriegsapparat der wahrhaft alles zerbrach was sich dem Drachen der weiter und weiter schlingen wollte entgegen warf zweimal wurde noch versucht das Untie aufzuhalten und mit ihm in seinem revier zu kämpfen mit denselben Waffen die Ehrbeliebte in der Hand zu halten zweimal noch wurden freie geschunden die versuchten sich mit Gewalt aus dem Griff dieses übel riechenden Tieres zu winden zweimal schlug es fehl zweimal erhielten sie üble Wunden vielleicht soll es einfach nicht sein und wir gehören alle der hehl solange wir nicht sehen und gebannt und frohen Herzens in täglicher Knechtschaft stehen weil den Lügen wir verfallen die aus mehrtausendjähriger Vergangenheit zu uns herüber hallen und deren wahre Inhalte ungehört an uns abprallen die Menschen heute denken es gäbe keinen anderen Weg das Leben zu lenken als täglich schaffen zu gehen und zuzusehen wie andere reicher und fetter werden während ihnen die Jahre und die Gesundheit abhanden gehen kaum einer der das System versteht wird dagegen protestieren sondern teilnehmen und versuchen so viel wie nur möglich daran zu profitieren die breite Masse aber bleibt dank selbst gewählter geschickter Politik zu dumm und weil sie nicht versteht dass es um ihre Freiheit geht nimmt sie es hin lässt sich nun doch regieren und bleibt einfach stumm ihr Recht und Erbe durch Stimmabgabe in fremde Hände legt weil immer es schon so gewesen und anders kann es doch nicht genesen falscher Friede jeden umgibt der nicht die Freiheit liebt macht den Käfig groß genug und es geht den Herden Tieren gut nur wer die Zusammenhänge der Vergangenheit erkennt wird sehen wo wir heute sind und was die Zukunft bringt wer denkt es sind unabhängige Geschichten und dass das was war keinen Einfluss nimmt auf das was ist der verkennt was heute geschieht und zu welches Drachen Willen die Menschen heute werden gelenkt Draco ein neues Heer sich schuf mit Kolt und Bibel er heute herumfuchtelt und 150 Länder bald besetzt hält um die Werte und Rohstoffe abzuziehen und neue Märkte zu schaffen für seinen Schund in jedem dieser Länder unserer Welt er zuvor einen Kriegsgrund fand um zu postieren seinen kranken Kriegshund und solche an die Regierung spitze der besiegten Völker setzte die ihm wohl gesonnen und daran verdienen ihre Landsleute zu verraten indem sie sagen man solle die Besatzer als Freunde lieben und die Kinder der eigenen Völker vergiften mit den Geschichtsbüchern die sie mit falscher Feder geschrieben und damit und ewigen Schuldgefühlen den Wahrheitswillen der hörigen Leser zerrieben und billige Unterhaltung in der die alten Sagen und die Geschichte genommen und wurden zu Grabe getragen von Leuten die heute hochgelobt wieder nur Geld scheffeln diese Wichte der 13. Krieger oder der Herr der Ringe nur um bei Beowulf zu bleiben ganz ohne eigene Inhalte welch flache Dinge sei das Asgard und Midgard Tod ob Ragnarök längst hat begonnen ob wir der großen Schlacht bisher entronnen oder ob in der Zukunft fern das Gjallahorn durch Heimdals Stoß ertönt liegt bei den Nornen es musste mehr als tausend Jahre ruhen doch auslöschen konnte es kein Christentum ob das Geld es kann nun wir werden sehen denn aus der Seele konnte es bisher nicht fliehen langsam wie eine Knospe sieht man es wieder aufblühen für so etwas wie liberale Christen halten sich heute viele die nicht bemerken dass sie längst und lange freigelassen aus der Zange durch die ihnen eigene Toleranz den Weg zurück zum Heidentum gehen gehen und langsam und zaghaft aus dem Dornen kranz eine Blume neu entstehen sehen auch die vom Christentum geraubten Feste unseres naturverbundenen Glaubens entledigen sich langsam der auferlegten Fesseln wer freie Menschen für Geld nach fremdem Recht ihrer Freiheit beraubt hat längst und lange schon seine Seele verkauft Gedächtnis und Gedanke nehmen auf ihren Flug der Gierige und der Gefräßige gegen Garm werden siegen der Nidhöger nimmt die auf die am Boden liegen ich höre wie die Kriegshalle ruft und sehe die Asen mit nur wenigen nach Asgard ziehen Midgard ist getränkt mit Schwester und mit Bruder Blut wir werden keine Demut üben denn frei sind heuer nur die Knechte die sich den Lügen fügen kein Zins kein Geld Gewinn kein Christengott kein Feindessinn kein Römisch Recht denn im schönen Midgard bleiben wir nicht auf ewig fremder Herrschaft Knecht es ist der Nordwind der zu uns spricht es ist der Nordwind der uns nach Hause trägt ein K H H H H H Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.